Der Wirtschaftsweise Werding fordert die Abschaffung der Rente mit 63. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Naja, was im letzten Jahr 2022 schon so aufploppte mit gewissen Bemerkungen durch den Bundeskanzler Scholz und dann auch durch den Arbeitgeberpräsident Dulger, dann im Januar 2023 kam ja so eine super Nachricht von der Wirtschaftsweisen Frau Schnitzer, die im Übrigen selber Beamtin ist. Dann gibt es jetzt die neue Information durch den Wirtschaftsweisen Werding. Werding, der sagt ganz drastisch, um die gesetzliche Rente zukunftsfest zu machen, um sie finanzierbar zu halten, muss die Rente mit 63 sofort abgeschafft werden. Meine Damen und Herren, der Herr Werding weiß offensichtlich noch nicht so richtig, was er da eigentlich sagt oder was er damit eigentlich meint. Welche Rente mit 63 meint Herr Werding denn eigentlich? Ich meinte ja die abschlagsfreie Version, die durch unsere ehemalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales Frau Nahles zum 1.7.2014 eingeführt worden ist. Oder meinte er gänzlich die Altersrente für langjährig Versicherte, die man ja schon mit 63 Jahren in Anspruch nehmen kann und dann auch mit hohen Abschlägen teuer erkauft. Ja, das ist die eine Frage und dann die nächste Frage, lieber Herr Werding. Betrifft Sie denn selber auch persönlich die Abschaffung der Rente mit 63 oder sind Sie nicht gegebenenfalls auch, so ähnlich wie Frau Schnitzer, Beamter und haben also eine hohe Beamtenpension? Wenn dem so ist, würde ich Ihnen empfehlen, meine persönliche Meinung, dass Sie sich doch aus diesen Diskussionen einfach heraushalten sollten. Ich bin der Meinung, über die Frage der Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung sollten in Deutschland unabhängige Gremien diskutieren und auch beratschlagen und zwar schnell und auch zielführend. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, es sollte endlich in Deutschland auch mal auf den Willen der Bevölkerung gehört werden. Denn zumindestens, was ich an Informationen erhalte von vielen, aus vielen Gesprächen, Telefonaten, auch mit Mitarbeitern von Sozialbehörden ist, doch so, dass diese sich eine einheitliche Rentenversicherung und auch eine einheitliche Krankenversicherung wünschen. Meine Damen und Herren, eine einheitliche Rentenversicherung, eine einheitliche Krankenversicherung ist kein Teufelszeug und es hat auch nichts mit Sozialismus und Kommunismus zu tun. Wer solche Nachrichten verbreitet oder solche Denkweisen hat, der sollte einfach mal nach Österreich gehen und dort mal nachfragen, ob Österreich möglicherweise ein kommunistisch geführtes Land ist oder meinetwegen nach Frankreich, wo es ja jetzt gerade zurzeit Massenproteste wegen der geplanten Anhebung der Altersgrenze von 62 auf das 64. Lebensjahr gibt. Also lieber Herr Werding, lieber Herr Professor Werding, keine Axt an die Rente mit 63. Das ist der falsche Weg. Was wir brauchen in Deutschland ist eine einheitliche Rentenversicherung in der gesetzlichen Rente, wo alle einzahlen, auch Sie und ich. Und wenn wir alle dort einzahlen würden und vielleicht sogar der Rentenversicherungsbeitrag ein bisschen höher genommen würde, wobei ich auch noch der Meinung bin, dass Arbeitgeber hier einen höheren Anteil zahlen sollten als Arbeitnehmer, dann wäre doch um die Finanzierung der gesetzlichen Rente, müssten wir uns um diese Finanzierung der gesetzlichen Rente gar keine Sorgen machen und dann könnten wir auch armutsfeste Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten unseren Versicherten auszahlen. Vielleicht sogar eine 13. und 14. Monatsrente, so wie in Österreich. Das wäre doch mal was, lieber Herr Werding, wenn Sie dazu auch mal was sagen würden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020